Hey, hier der Raphael aus der Crosso und Bibi und heute möchte ich dir erklären, was es mit den ganzen Levels auf sich hat. Wir nutzen diese verschiedenen Levels als Progressionsstufen. Das bedeutet, Level 1 ist der einfachste und nach oben hin wird es dann immer schwieriger. Das hat für uns verschiedene Vorteile. Zum einen haben wir manchmal sehr heterogene Gruppen, also Leute kommen mit verschiedenen Leistungsleveln zu uns, wollen aber trotzdem gemeinsam trainieren. Dann kann einer Level 4 trainieren, der andere Level 1. Beide haben für sich eine Entwicklung, beide trainieren hart und intensiv und trotzdem wird keiner über- oder unterfordert. Zum anderen, lernst du gleich von Anfang an die richtige Technik, die richtige Körperposition, Körperspannung, dass du dann auch später bei intensiveren Übungen, bei komplexeren Übungen, die richtige Technik und Körperspannung aufbauen kannst. Denn wenn du bei Level 1 startest, wird es immer komplexer und geht nach oben hin und wird immer schwerer. Des Weiteren, bleibst du sicher im Training, denn du lernst von Anfang an, wie es richtig geht, somit sinkt auch die Verletzungsgefahr. Und das ist wichtig, wenn wir langfristig trainieren wollen und uns langfristig entwickeln wollen. Und ein weiterer Pluspunkt der verschiedenen Levels, du kriegst immer neuen Input. Wenn du eine Übung kannst, ist es nicht fertig, sondern es geht weiter zur nächsten. Denn wir wollen, dass du dich immer weiter besser bewegen kannst. Und dafür haben wir diese verschiedenen Levels kreiert, also verschiedene Progressionsstufen, die nach oben hin immer schwerer werden. Schau dir unsere Videos an, wenn du Fragen dazu hast, dann schreib uns einfach oder komm direkt vorbei in der Crosszone. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ciao! 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 Ciao!